die dhv news vom 21 mai 2021 letzte drogenanhörung im bundestag drogenskandal im fdp-wahlprogramm herzlich willkommen bei den dhv news ich fange heute mal an mit einem leserkommentar auf handverband.de den zitiere ich mal ich finde das wäre doch mal eine nachricht in den news wert der dhv hat in diesem jahr schon über 1000 mitglieder hinzugewonnen wenn es gut läuft sind wir ende des jahres 10.000 leute die den dhv unterstützen danke an den dhv für die arbeit und den aufbau dieser interessengemeinschaft das war ich doch gerne diesem wunsch komme ich gerne nach ihr seid hier mit alle aufgerufen den handverband bis zum jahresende auf 10.000 zu pushen damit wir die politik im jahr der bundestagswahl im schicksalsjahr umso besser vor uns hertreiben können zweite vorbemerkung wir haben einen neuen artikel auf der dhv seite zum thema drogen und führerschein mpu anordnung wir haben da mal wieder einen ganz schrägen fall wo jemand eine mpu angeordnet bekommen hat obwohl er unter dem grenzwert von ein nanogramm war ein nanogramm thc im blutserum und trotzdem muss eine mpu machen die hintergründe er sehe ich nicht hier das ist ein bisschen zu detailliert und zu kleinteilig sozusagen guckt euch den artikel an auf der dhv seite jetzt zum global marihuana marsch wie war der global marihuana marsch 2021 natürlich ein bisschen corona zeiten geprägt weniger städte waren dabei nur 10 statt 30 ungefähr keine riesen menschenmengen wurden da erwartet und bis vor ein paar wochen war ja gar nicht klar ob überhaupt der gmm stattfindet und vor dem hintergrund waren die demos dann doch gar nicht so schlecht besucht habe so mehrere medienberichte gelesen wo drin stand da sind mehr leute gekommen als erwartet worden waren ich verlinke mal artikel in der video beschreibung zu den demos in karlsruhe halle duisburg regensburg und heidelberg da habe ich jeweils artikel gesehen heute bei der recherche und haben auch einige unserer ortsgruppen sprecher die dann da jeweils vor ort die demos organisiert haben tolle zitate geliefert ja da kann jetzt gar nicht alle nennen und vorlesen und so aber gute arbeit da vor ort ja und zumindest soweit ich das bis zu der paywall dann lesen konnte die ab und zu mal da war ja nicht alle artikel kann man bis zum ende lesen da waren die durchweg positiv und freundlich diese artikel und allein dafür hat sich der aufwand schon gelohnt das lesen natürlich dann viele leute irgendwie und kriegen mal wieder einen impuls ah ja cannabis legalisierung wird immer noch immer noch thema wird immer noch debattiert wird immer noch für demonstriert und es waren freundliche demonstranten keine keine skandale keine räumung wegen missachtung von regeln und so alles wunderbar tolle pr hat geklappt und ja ansonsten liefern wir euch immer noch ein paar bilder die wir aus verschiedenen städten bekommen haben und zusammengeschnitten haben bitteschön auf die anderen ab hoffnung das ist das was wir jetzt brauchen wir haben was machst du hier ich habe es fehlt eine partei damit es endlich eine cannabis legalisierung ich bin ich bin ich bin ich bin Klasse! Klasse! Ja, großen Dank an alle, die da vor Ort organisiert haben, die hingegangen sind, trotz widriger Umstände in diesem Jahr. Und dann hoffen wir mal, dass nächstes Jahr wieder mehr Städte dabei sind und ein paar zumindest mit einigen hundert Teilnehmern oder sogar vielleicht auch mal wieder über tausend Teilnehmern beim Global Marihuana-Marsch. Vielleicht feiern wir dann die neue Bundesregierung. Mal sehen. Als ich zuletzt über den Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg gesprochen hatte, da habe ich schon gesagt, dass man eigentlich kaum noch mit gerechnet hat, dass die Kretschmann-Regierung da im dritten Anlauf da noch irgendwas geregelt kriegt in Sachen Cannabis-Politik. Und wir haben ja fast entgangen, dass sie dann da dann doch einen Beschluss drin hatten im Koalitionsvertrag, die geringe Menge, bis zu der die Strafverfahren eingestellt werden können, von sechs auf zehn Gramm anzuheben. Also eine Liberalisierung beschlossen worden ist, zumindest im Rahmen des üblichen in Deutschland. Und in Rheinland-Pfalz war das ganz ähnlich. Auch da habe ich jetzt nicht mit viel gerechnet. Die haben schon zehn Gramm. Ja, was soll da doch kommen? Trotzdem auch da tatsächlich progressive Ansätze im Koalitionsvertrag. Ich zitiere mal die entscheidenden Stellen. Um Gesundheitsrisiken zu reduzieren, prüfen wir als ein Instrument der Schadensminimierung die Einführung eines Modellprojektes Substanzanalyse von Drogen. Also Drugchecking. Rheinland-Pfalz will Drugchecking ausprobieren. Das gehört auf jeden Fall zum Werkzeugkasten progressiver Drogenpolitik. Gute Erfahrungen in anderen Ländern damit, eben so ein bisschen den größten Dreck vom Markt zu kriegen, die größten Risiken für die Konsumenten ein bisschen einzudämmen, wenn man sie schon auf den Schwarzmarkt schicken will. Damit ist jetzt noch lange nicht klar, ob das wirklich passiert. Ob in Rheinland-Pfalz tatsächlich irgendwann ein Drugchecking gemacht wird, solange da sich ein Spahn querstellen kann, sozusagen. Berlin hat auch vor einigen Jahren Drugchecking beschlossen und bis heute nicht auf die Reihe gekriegt, das wirklich zu installieren, auf die Straße zu kriegen. Hat vielleicht auch noch mit der Gesundheitssenatorin in Berlin zu tun, von der SPD, die da irgendwie ein bisschen klemmt, sag ich mal. Aber je mehr Bundesländer das vorhaben, desto wahrscheinlicher wird es, dass es dann bald auch wirklich geht. Weil es gibt da tatsächlich auch noch rechtliche Unsicherheiten in dem Zusammenhang, was da wie geht und so weiter und inwieweit die Leute das dann komplett durchführen am Ende, die die Drogen annehmen und so, inwieweit die wirklich sicher sind und so weiter. Aber es ist noch mehr im Koalitionsvertrag Rheinland-Pfalz. Wir prüfen als Land, Initiativen mit dem Ziel zu ergreifen, die Ermittlungen der Fahrerlaubnisbehörden gegen THC-Konsumentinnen den Regeln für Alkoholkonsum anzugleichen. Sie sollen erst ab einer gewissen Grenze möglich sein und nur, wenn Konsumentinnen am Straßenverkehr teilgenommen haben. Und hier gilt das Gleiche. Da ist noch nicht klar, was sie da wirklich schaffen. Bremen hat auch so einen Beschluss von wegen Cannabis verbessern im Führerscheinrecht und Angleich mit Alkohol und so. Da ist auch bis jetzt nichts passiert. Aber wir werden das jetzt mal zum Anlass nehmen, uns bei beiden zu melden und mal zu gucken, ob wir da vielleicht irgendwie weiterhelfen können. Wo ich gerade bei den Bundesländern bin, gucke ich mal kurz in die USA. Weil bei uns geht es ja seit 20 Jahren immer nur darum, die geringe Menge von 6 auf 10 Gramm zu erhöhen und zu liberalisieren. Und dann kommt die CDU wieder dran, die macht dann wieder von 6 auf 10 und verschärft dann wieder die Drogenpolitik und ist null Toleranz konsequent, bla bla. Also immer nur ein paar Gramm, vier Gramm rauf oder runter. Und das ist dann irgendwie liberal oder nicht liberal. Und ich hatte schon mal erwähnt, dass das aus US-Perspektive ziemlich albern ist. Und da hat jetzt Colorado diese Woche ein weiteres Beispiel geliefert. Ab sofort ist nicht mehr der Besitz von einer Unze Cannabis in der Öffentlichkeit erlaubt, sondern die haben erhöht auf zwei Unzen. Und eine Unze sind knapp 30 Gramm. Also die haben wir jetzt auf knapp 60 Gramm erhöht mal eben so, die man damit rumschleppen kann. Ja, nichts von 6 auf 10. Und die Werte sind auch wesentlich realistischer als 6 bis 10 Gramm. Jedenfalls, wenn man nicht nur gelegentliche Konsumenten entkriminalisieren will, sondern auch die, die eben öfter konsumieren, die haben da schnell mal mehr als 6 oder 10 Gramm irgendwie dabei, zumal man das eben nicht jederzeit in irgendeinem Laden kaufen kann. In Colorado kann man das natürlich, da ist das halt komplett legal. Da kann man in den Shops sein Cannabis kaufen. Nur eben jetzt zwei Unzen statt eine. Dass aber auch die USA in die andere Richtung wesentlich heftiger immer noch unterwegs sind, manchmal zeigt ein Beispiel aus Mississippi. Da ist ein Urteil bestätigt worden gegen einen Mann, der lebenslänglich in den Knast geht für 1,5 Unzen Cannabis. Also die Menge, die jetzt neuerdings in Colorado komplett legal ist, dafür geht der lebenslänglich in den Knast in Mississippi. Der hat allerdings schon einige Jahre im Knast verbracht. Der hat vorher schon Einbrüche begangen, ist mal wegen einer Waffe verknackt worden und so, war also schon etliche Jahre im Bau. Und das hat im Prinzip die Strafe für die 1,5 Unzen Cannabis für ihn auf lebenslänglich erhöht. Und normalerweise liegt die Höchststrafe für den Besitz von Cannabis in der Größenordnung in Mississippi bei drei Jahren Gefängnis. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos? Und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen. Link in der Infobox. Kommen wir zurück nach Deutschland. Montag fand die letzte Anhörung zum Thema illegale Drogen vor dem Bundestagswahl statt, soweit ich weiß. Ich glaube, kommt jetzt keine Anhörung mehr. Es sind kaum noch Sitzungswochen übrig vor der Wahl und vor den Sommerferien. Ich war als Sachverständiger dabei am Montag und da ging es um zwei Anträge der Linken. Einmal Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten durch die Definition von geringen Mengen, bis zu denen die Strafverfahren eingestellt werden können, wie wir das bei Cannabis auch kennen. Und als weiteres wollten die Linken die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Drugchecking klarstellen, unter welchen Bedingungen, wie das durchgeführt werden kann, damit eben Länder wie Rheinland-Pfalz und Berlin das in Ruhe machen können, wenn sie denn wollen. Die Anhörung war komplett online und die Aufzeichnung sollte eigentlich auch online zur Verfügung gestellt werden, aber das hat der Bundestag bis jetzt irgendwie nicht hinbekommen, aus irgendwelchen technischen Gründen. Ich hoffe, dass das noch kommt und dann liefern wir euch auch wie üblich meine Antworten da bei der Anhörung als Video hier im DHV-Kanal und sicherlich auch mal Ausschnitte zumindest aus der restlichen Debatte dann vielleicht nächste Woche, wenn die dann irgendwann mal das geregelt kriegen. Und bis dahin müsst ihr mit den schriftlichen Stellungnahmen klarkommen, wenn ihr da mehr wissen wollt. Die Links zu meiner Stellungnahme auf der DHV-Seite und den einigen anderen zumindest, nicht von allen, auf Bundestag.de, die findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich fand es immer wieder anstrengend, diese Diskussion, was da immer noch für Experten eingeladen werden, was da manche Experten von der Gegenseite da noch erzählen. Da stehen einem echt die Haare zu Berge. Deswegen habe ich aber die Frisur, damit das nicht so auffällt. Aber es waren auch einige gute Statements dabei, also von den anderen Reformorganisationen. Also Schildauer Kreis war vertreten, Akzept e.V. war vertreten. Und was ich besonders schön fand auch, war, dass der Vertreter der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen auch ganz klar sich für Legalisierung von Cannabis ausgesprochen hat. Also klare Kante hat er da gegeben. Habe ich jetzt gar nicht zwingend erwartet von ihm. Schöne Sache. Aber ohne Video macht es jetzt nicht so viel Spaß da, in jedes Detail reinzugehen. Ja, das lasse ich da mal ein bisschen übrig. Liefern wir dann, wenn der Ausschuss das schafft, sich selbst zu veröffentlichen. Die Story geht aber trotzdem weiter. Er ist noch nicht zu Ende hier an der Stelle, sondern der Ausschuss hat dann kurz danach in dieser Woche auch schon abgestimmt über die Anträge, was jetzt nicht unbedingt üblich ist. Manchmal dauert es noch ewig. Zum Beispiel über den Führerscheinantrag der Linken ist, glaube ich, noch nicht abgestimmt worden, der vor die letzte Anhörung war, vor einiger Zeit. Und wie das zu erwarten war, wurden diese Anträge abgelehnt. Also sowohl Drug-Checking als auch Entkriminalisierung aller Drogen wurde abgelehnt. Nur die Grünen haben beiden Anträgen zugestimmt. Linke natürlich selbst auch. Und das zeigt auch, dass die Zusammenarbeit da sehr gut gelaufen ist zwischen den Drogenpolitikern von Grünen und Linken. Die haben gut zusammengehalten, auch wenn die nicht immer jedes Detail von den Anträgen der anderen da irgendwie topfannen. Ja, da hatten sie vielleicht mal was kritisiert oder Änderungsvorschläge gemacht oder so. Aber am Ende haben sie dann gegenseitig zugestimmt. Und das hat die FDP nicht getan, obwohl die ja jetzt auch als Legalize-Partei firmiert. Auf jeden Fall sind die ja für Legalisierung von Cannabis, haben trotzdem einige passende Cannabis-Anträge abgelehnt oder nicht zugestimmt. So auch hier die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten haben sie nicht zugestimmt. Drug-Checking auch nicht. Die SPD muss sowieso immer dagegen stimmen, ja, wegen der Koalition. Da sagt die CDU, darfst du nicht, ja, dann dürfen sie halt nicht. Ist eben so in der Koalition. Keine Ahnung, was die gemacht hätten, wenn sie hätten dürfen. Und die FDP wiederum, die lehnen alle Anträge von den Linken ab. Ja, aus Prinzip. Die sind links, die sind radikal. Ja, da dürfen wir auf gar keinen Fall zustimmen. Und dann suchen die sich immer irgendwelche fadenscheinigen Argumente dafür, warum sie denn jetzt die Anträge ablehnen. Und laut Nima Mofa-Sat von den Linken, der ja maßgeblich die ganzen Anträge da eingebracht hat, kam diesmal das Argument von der FDP, dass ja nur die Konsumenten entkriminalisiert werden und nicht alle Drogen legalisiert werden, weil ja dann der Schwarzmarkt bestehen bleibt. Ja, das war im Prinzip wohl einer der Kritikpunkte, der aus FDP-Richtung kam. Dabei war der Antrag extra als Kompromisslinie gedacht. Die Linken wären ja bereit, weiterzugehen da noch, als nur Entkriminalisierung sozusagen. Also so als Kompromiss, von wegen fangen wir mal an. Weil die anderen Parteien halt noch nicht so reif sind irgendwie für konsequentere Lösungen. Und dieses Argument der FDP führt mich dann direkt zu meinem Lieblingsthema der Woche. Drogenskandal im FDP-Wahlprogramm. Großartiges Kino. Die FDP hat nämlich am Wochenende auch ihren Parteitag gehabt, Wahlprogramm verabschiedet und das beim Thema Drogen nicht im Sinne der Parteiführung gelaufen. Da haben schlaue Leute beantragt, zusätzlich noch die Entkriminalisierung aller Drogen damit reinzubringen. Wie eben vorher im Bundestag diskutiert, nach portugiesischem Modell. Und diese Ergänzung bekam eine Mehrheit. Das stand dann da im Programm drin. Und in Portugal wird der Besitz bestimmter Drogenmengen, ja, da wird kein Strafverfahren mehr eröffnet. Da gibt es halt pro Droge eine Grammzahl sozusagen. Da wird dann gesagt, okay, bis dahin kein Strafverfahren. Gar kein Strafverfahren. Nicht nur, dass es nur eingestellt wird, sondern kein Strafverfahren. Und dem Betroffenen wird dann eine Beratung angeboten. Die müssen also einmal antanzen vor so einem Sozialarbeitergremium. Und nur wenn sie da nicht mitmachen, wenn sie die Zusammenarbeit nicht, wenn sie die verweigern, dann gibt es ein Bußgeld im Sinne von eben Ordnungsfähigkeit. Und dieses Modell ist sehr erfolgreich. Die Zahl der Drogenkonsumenten ist in Portugal gesunken. Die Zahl der Drogentoten ist in Portugal gesunken. Ja, also die Horrorszenarien, die die da an die Wand gemalt haben, die anderen, ja, die Nicht-Portugiesen, was dann jetzt da passiert nach der Entkriminalisierung, ist alles nicht eingetreten. Alles schickt da. Mittlerweile ist das Modell unter Fachleuten als erfolgreich anerkannt, ja, in der ganzen EU als eine Harm-Deduction-Maßnahme sozusagen beschrieben. Und die machen das schon seit vielen Jahren so. Und die FDP-Parteiführung, die null Plan von Drogenpolitik hatte offensichtlich, die hat ein riesen PR-Problem gewittert. So, boah, alle Drogen, ganz gefährlich und so. Und dann sind die da reingegangen in die Debatte, haben gesagt, oh, wir haben ja nicht genug diskutiert, da müssen wir nochmal aufmachen und so. Ja, Christian Lindner, Wolfgang Kubicki, die sind da irgendwie in die Bütt gegangen und haben wild dagegen argumentiert. Und am Ende haben sich durchgesetzt, der Zusatz wurde wieder gestrichen, ja, der Parteitag hat das dann wieder zurückgenommen. Und damit ist die FDP also nicht offensichtlich, ganz offiziell nicht für die Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten und will weiterhin Drogenkonsumenten strafrechtlich verfolgen. Und dieser Vorgang war Headline so ziemlich in jedem Artikel über den FDP-Parteitag. Ja, also überall war von dieser Geschichte die Rede. Wenn sie einfach den Beschluss hätten stehen lassen, hätte er wahrscheinlich niemanden interessiert. Ja, das wäre kaum eine Rede wert gewesen. Und durch dieses ganze Theater, was dann da Christian Lindner und Kubicki gemacht haben, ja, Riesengedöne. Übrigens, diese Position ist in den Standard, in grünen Parteiprogrammen, in linken Parteiprogrammen, das steht halt immer drin, wir wollen alle Drogenkonsumenten entkriminalisieren. Und FDP so, ja, Riesenproblem. Und dann hat der Spiegel getitelt FDP-Parteitag, stimmt für Drogenfreigabe und korrigiert sich. FAZ-Titel Delegierte schockieren Parteiführung mit Ja zur liberaler Drogenpolitik. Liberal, ja, eigentlich sad no-brainer. Liberal müsste Konsumenten entkriminalisieren. Eigentlich klar. Naja, fail für liberale Drogenpolitik ohne Ende, Riesenzirkus. Und dabei gibt es auch in einigen deutschen Bundesländern schon definierte Eigenverbrauchsmengen. Für diverse andere Drogen, ja, wie wir das von Cannabis kennen, bis zu denen die Strafverfahren eingestellt werden können. Unter anderem hat auch NRW solche Regelungen. Das ist das Heimatland von Christian Lindner. Ja, da gibt es schon eine gewisse Inkriminalisierung aller Drogenkonsumenten, nur eben nicht in ganz Deutschland. Ja, also total daneben. Wenn wir jetzt aber meinen, das ist jetzt, ja, jetzt hat es die FDP offenbart, ja, die sind total unten durch und nur die guten Linken und die guten Grünen sind die Rettung und so weiter. Die haben alle schon ihre Fails gehabt. Und ich habe ein richtiges Déjà-vu bei der Geschichte hier, von wegen Parteiführung holt den Parteitagsbeschluss zurück. Nämlich, auf einem Parteitag der Linken, 2011, kommt mir vor wie gestern, da hatten die Delegierten als Ergänzung, beim Grundsatzprogramm ging es damals rum, also nicht Bundestagswahl, sondern Grundsatzprogramm, die haben diesen Satz da rein beschlossen. Wir treten daher für eine rationale und humane Drogenpolitik ein, was eine Entkriminalisierung des Drogenkonsums und langfristig eine Legalisierung aller Drogen beinhaltet. Dann gab es eine kritische Presse, über Nacht sozusagen, am selben Tag noch und so. Und die Parteioberen haben die Debatte wieder eröffnet, den Beschluss wieder zurückgeholt, neu debattiert. Und damals Gregor Gysi an Vorderster Front mit dabei, auch wieder Angst vor irgendwelchen PR-Problemen. Und dann wurde der Satz in dem Fall nicht gestrichen, sondern ergänzt durch den Satz hier. Das bedeutet die Entkriminalisierung der Abhängigen und die Organisierung von Hilfe und einer legalen und kontrollierten Abgabe von Drogen an diese. Also, der Satz ist ja noch progressiver als der ursprüngliche, aber da ja die Parteiforderungen keine Ahnung von Drogenpolitik haben, haben sie das wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Bei der SPD ähnliches Spiel wie bei der FDP. Ach, Sekunde. Ja, Schminke im Hals. SPD, die drogenpolitischen Fachleute der Fraktion im Bundestag, die haben dieses Positionspapier geschrieben und haben dann jahrelang, sind die von den Spitzenleuten der Fraktion abgeblockt worden. Unter anderem Andrea Nahles zum Beispiel, die hat sich einfach geweigert, abzustimmen über dieses Positionspapier in der Gesamtfraktion. Und dadurch waren sich alle Fachleute einig, diverse Arbeitskreise und so. Die haben alle gesagt, ja wunderbar, das ist unsere Position. Und die Parteiführung hat gesagt, nö, Hetsch, Hetsch, machen wir nicht. So, verrückt. Und die Grünen, die haben diese ganze Debatte, ob man jetzt bei Drogenpolitik, beim Kapitel Drogenpolitik in Wahlprogrammen mehr schreiben muss als Cannabis, schon in den 90ern geführt und hinter sich gelassen. Seitdem ist das Standard bei denen. Aber damals eben ähnlich kontroverse Debatten. Man sieht jedenfalls daran, wie viel Angst die Parteien haben, durch progressive Drogenbeschlüsse, sich einen konservativen Shitstorm einzuhandeln. Und zeigt eben auch, dass die FDP sehr bemüht ist, konservativer rüberzukommen als Linke und Grüne, weil die ja ihre Nische irgendwie brauchen und setzen sich dann ab von den bösen radikalen Linken da irgendwie, zu denen die Grünen auch gleich mitgehören. Und sie sind eben nicht radikal Link, sondern eben irgendwie bürgerlich und so. Und dann kann man eben nicht so eine linke Debatte haben und schon gar keine Kritik von konservativer Richtung durch irgendwelche Drogenbeschlüsse. So ungefähr dürfte der Hintergrund sein. Und es ist vollkommen egal, ob das fachpolitisch irgendwie Sinn macht oder nicht. Ja, das ist einfach nur so eine PA-Nummer. Und ob über diese ganze Diskussion die Forderung nach Legalisierung von Cannabis im FDP-Parteiprogramm drin geblieben ist, ja, das weiß man jetzt nicht so genau. Die Presse ist da überhaupt nicht drauf eingegangen, ja. Hätten sie vielleicht gemacht, wenn dieser Skandal nicht gewesen wäre. Aber so weiß man gar nicht, haben die jetzt die Legalisierung von Cannabis beschlossen oder nicht, was ja eigentlich FDP-Position ist. Und auf der Homepage der FDP ist bis jetzt zum Dreh dieser News das beschlossene Parteiprogramm nicht zu finden. Da ist nur der Entwurf des Vorstandes, den die dem Parteitag vorgelegt haben, aber nicht der endgültige Text. In dem Entwurf steht die Legalisierung von Cannabis drin. Nehmen wir mal an, dass das auch so bleibt. Zwischendurch hat Linden sich auch noch nach dem Parteitag nochmal dafür ausgesprochen, wird wohl drin sein, die Legalisierung von Cannabis, ja, aber über das ganze Theater, da ist das vollkommen untergegangen. Und jetzt denkt wieder dran, die FDP hat am Montag im Bundestag den Antrag der Linken auf Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten nicht zugestimmt, unter anderem, weil der Antrag angeblich nicht weit genug geht. So viel zu dem Kasperle-Theater und noch ein ganz kleiner Punkt hinterher, weil das gerade so schön passt, nochmal USA. Washington State hat diese Woche alle Drogenkonsumenten entkriminalisiert, wie Oregon zum Beispiel vorher auch schon. Also nicht ganz auf Null wie jetzt Portugal, aber drastisch Reduzierung der Strafen und so weiter und eben auch eine Herabstufung dieser Strafbarkeit. Und damit reagiert die Politik in Washington State auf ein Urteil des obersten Gerichts. Also top aktuelles Thema, um Vormarsch der Entkriminalisierung von Konsumenten, auch vollkommen sinnlos, Polizisten zu verheizen da, gegen Menschen da irgendwie in den Krieg ziehen zu lassen, die sowieso nicht aufhören mit dem Drogenkonsum. So, dann bin ich bei den Terminen, habe drei Ortsgruppentermine und noch ein Leckerchen. Ortsgruppe Oldenburg trifft sich online am 22. Mai, Rhein-Neckar am 25. Mai und Hamburg auch am 25. Mai. Und am Mittwoch, 26. Mai, habe ich nochmal ein Terminchen, ein Pläuschken mit Dirk Heidenblut, einem SPD-Abgeordneten, aktueller Drogenpüschersprecher der SPD-Fraktion. Gerade nach dem Beschluss des Parteiprogramms, sicherlich ein interessantes Gespräch. Auf seinem Insta-Kanal, Infos zu allen Terminen wie immer in der Videobeschreibung, bei uns auf der Homepage. Würde mich freuen, wenn viele von euch da mal reinschalten in mein Pläuschken mit Dirk Heidenblut. Das war es für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal und so weiter. Was war noch? Glocke. Nicht vergessen. Schönen Tag und Gruße am Abend wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.